Musik Tansania, das Land der unendlichen Weiten. Hier im Nordwesten des Landes, ganz in der Nähe des Serengeti-Nationalparks, liegt das Trainingscenter des größten Biobaumwollherstellers Afrikas, Biore. Seit 25 Jahren bringt die Biore-Stiftung den tansanischen Bauern die Grundprinzipien der ökologischen Landwirtschaft bei. Knapp 2000 Bauern aus der Umgebung konnte Biore schon als Partner gewinnen. Anders als beim konventionellen Anbau von Baumwolle, verzichten die Biore-Bauern auf die Nutzung von Pestiziden und Herbiziden auf ihren Feldern. Die Biobaumwolle, die hier wächst, ist perfekt für unsere Periodenprodukte. So, das werden mal eure Tampons und Binden, die pflücken wir hier. Das ist Gumba und Gumba ist schon seit 20 Jahren hier im Geschäft und pickt quasi acht Stunden lang am Tag die Biobaumwolle. Das geht ganz schön in den Rücken und wenn man nicht aufpasst, auch in die Finger. Aber was muss, das muss, denn die Biobaumwollernte ist für viele Bauernfamilien in Tansania eine Art Lebensversicherung. Biobaumwolle ist sehr wichtig für mich, denn es ist die Einnahmequelle, mit der ich meine ganze Familie versorge. Dank Biore haben die Bauern und ihre Familien mehr Planungssicherheit. Als Belohnung für den ökologischen Anbau bekommen sie eine Abnahmegarantie für ihre Baumwolle und einen überdurchschnittlichen Preis. Ein fairer Lohn für harte Arbeit. Noch dazu spendet Einhorn für jedes eingesetzte Kilo Biobaumwolle 50 Cent an die Biore-Stiftung, die gemeinsam mit den Familien vor Ort Brunnen baut und Wassertanks an Schulen aufstellt. Allein mit der ersten Einhornproduktion sind so über 11.000 Euro Spenden zusammengekommen. Jede verkaufte Binde und jeder Tampon hat somit einen direkten Impact auf die Bauernfamilie in Tansania. Aber zurück zur Baumwolle. Einmal abgenommen wandert die frisch gepflückte Baumwolle in die Ginnery. Hier wird sie gereinigt und in Baumwollbatzen komprimiert. Die hoffentlich bald zu euren Tampons und Binden verarbeitet werden können. Die meisten konventionellen Tampons werden aus Zellulose und Plastik gemacht. Aber nicht mehr lange, denn bald kommen wir mit dem weißen Gold aus Tansania. Fair gehandelter Biobaumwolle. Und die könnt ihr bald in einem Teil unserer Periodenprodukte wiederfinden. Statt Plastik und Viskose. Das ist nämlich nicht nur super für die Bauern und den Planeten, sondern auch für deinen Körper. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 감st. Ask. Gott. May Christ. Christ. Getrich. These. Eine Little.